So schnell wird das ein Coupé, ein Cabrio. Ja, ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich das Auto verkaufen muss, aber wir machen jetzt erst eine kleine Spritztür und schauen Sie mal, vielleicht gefällt Ihnen das Auto ja. Ja, ich bin schon ein Coupé. Ich bin schon ein Coupé. Ich bin schon ein Coupé, ein Coupé. Ich bin schon ein Coupé.